um er wird ich bin es wieder Markus von LampGamerTV und ich bin heute wieder Ballyfit 4 und in der besten Fall ist noch um 2014 Eroberung und wir spielen den Pionier und wir nehmen die Swarm mit und welche Waffe ich würde sagen erst geht es schon gut Machen wir mal die G610 wieso mal nicht was aus dem Panzer gleich 1090 oh das tut geil ja aber ich weiß dann von Second Assault DLC Ballyfit 3 da da mh leckt ein bisschen oder ruckelt Ja. 32er wegen. Kann an mir liegen, kann an mir liegen, kann an mir liegen, kann an mir liegen, kann an mir liegen. Quats. Jawohl. Ja. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So, gestorben. Jawohl. Jetzt gestorben. Find ich gut, find ich gut. Schon mal ein guter Start. Erstmal. Drei Minen und Minen sind scheiße. Boah, alter. Mach mal mal mit. Ah. Ah, er ist tot. Ja. Sehr schön. Was mach ich da? Ähm, ja. What the... Läuft. Nein, ich hab grad auf EG gedrückt und ganz komm. Hey. Fick dich. Nein, 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 nein. Wollen wir gleich den nächsten Panzer? Ich werde nicht fliegen. Nein. Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. auf jeden Fall in keinem Spiel fliegen. Ich weiß auf jeden Fall, äh, keins, wo ich fliegen kann. Aber, naja. Aber, naja. Na, endlich. Ist das zwei? Oder ist das hochgegangen? Da bin ich mir nicht sicher. Boah. Na, egal. Fangen wir schnell weiter. Pss. Sicher, sicher. Ah. Tech. Bitte, ich raufen, oder was? Objektiv. Tellerplace. Utilize. Yes. Danke, dass der mir geholfen hat, der... Kumpel da. Jetzt können wir erstmal hier mal schnell in Deckung. Auch wenn's keine so gute Deckung ist. Aber, naja. Was soll's. Geil. Fick dich, Chat. Fick dich einfach, ey. Fick dich. 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 Fick dich, du wirst mal da. da ist mich schon das und scheiß ich hasse diese scheiß ich hasse diese flieger bei dieser scheiß map diesen so vieler so viel verschließt nicht alter 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 was wie häh? btf? häh? 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 warte warte! häh? 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 was ist denn los? häh? warum bist du hier? btf alter ah brü... alter! Tja! Oh! Schnell weg! Schnell weggehen hier! Vor allem nicht weg, weil der Wichser... ... oder die... Keine Ahnung, wie viele es waren! Viel Verspaß, ne? Oh! Stopper! Ist der da oben, oder wird der los? Oh man, jetzt wird wieder Papier angekommen! Ich seh grad... ... ich will kein Ding mehr haben! Ey! Ich seh grad... Verlande! Ah! Oh! Wir haben alle Punkte! Uh! Ah, wo muss der hin? Jetzt gehen die Stimme... Ist wohl nicht soo stark... ... ... Was macht man das? Ich habe keine Funktion mehr, egal Fick euch selber Ah, lecker mich der Arsch Kommt der jetzt wieder hin? Bullshit HVC bei der Enemikamander Ich bin hier nicht Nein! Fick dich, ey! Was für einen Lack hat der, Alter! Oh, Mann! Mann! Boisch! Auf der Position! Objective echo has been neutralized! Schau, schau, schau! Boah, leck. Ähm, ja. Boah. Boah. Boah, leck, leck, leck. Boah, leck, leck. Boah, leck, 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 leck. Boah, leck, 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 leck. Boah. was haben wir da? direkt was haben wir da? so naja, siehts ja nach eindeutigem äh Dampf aus die Gegner haben irgendwie keine Chance alte für Tank aber ich hab keine Weapon mehr für gegen Tank ich stecke jetzt an das ist bitter, ne? das ist nicht bitter die 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 gut bla so wie viel noch 40 kills dann habe ich genauso wie mir fehlen noch 45 kills dann habe ich genauso wie kills wie tote ja der ist dann nicht gut Warum bleib ich immer bei den Schlechtdingern hängen, Alter? Ohne Chance. Alter. Ja. Leute. Das war eine schnelle Runde, ne? 15,5. Passt. Ist gut. Dann... Jo. Ja, Karabin, das soll alles falsch sein. Ich weiß nicht, warum das immer noch angeteilt wird. Ich würde irgendwie sagen, naja, dass man das irgendwie dann nicht mal angezeigt bekommt. 15,5. Ist gut. Ist sehr gut. Für meine Verhältnisse, ne? Und ähm... Ja, es gibt eigentlich nichts zu sagen. Ja. Ganz genau. Und ich sage dann, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von... Battlefield 4. Planets hat 2. Minecraft. Romant Oliver. Oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis denn und ciao. Bis zum nächsten Mal. beide nach vorne. Tschüss. Ja. Teil imposuge.